Hallo Leute, Willkommen wieder zurück zu Burnout Paradise Ja, Tomika redet mal wieder zwischenrein, es ist wieder so sucht oder nach neuen Herausforderern zu suchen Ja, jetzt hat sie fertig geredet und ja, wir sind jetzt bei Alicense Sieht auch wieder, es ist sehr sehr spät Wir haben jetzt 23.24 Uhr, zeigt uns jetzt gerade an, das stimmt sogar und ja, wieder voll spät und wir haben die A-Lizenz und müssen 40 Sieger reinholen Das ist eine ganze Menge Mit was könnten wir das dann so gut anfangen? Wir sind mit dem Crash, das ist sehr gut Gut, nee, warte, wir holen uns erstmal so einen Burning Boot rein Wir gucken mal, dass wir eine andere Version von dem Fahrzeug bekommen Wo auch das immer ist, saß hier gleich in der Nähe, sehr schön Da vorne ist es ja Gut, gibt es irgendwie was Neues? Nein, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen, weswegen Äh, heute wird es mal wieder richtig spät Ich habe wieder was anderes aufgenommen und Rase zur Nebeljagd im Schuss Gott, das will, das ist doch scheiße warm geworden wieder Äh, ja Äh, jetzt ist es eigentlich kühl War vorhin warm, dann hat es geregnet, abgekühlt, jetzt wird es aber wieder komisch oder wärmer was mir nicht wirklich gefällt Und, ja, warum habe ich lange nichts mehr aufgenommen? Wochenende war und Wochenende bin ich so gut wie nie zu Hause Und, ja Ich habe gedacht, okay, ne, jetzt halt, wenn sie noch was aufnimmt, so machen wir nochmal Burnout Äh, haben wir so noch recht viel zu machen Jetzt ein super epischer Crash hier Ja, das kostet uns einen Haufen Zeit Hupi Schust Ja, und da bin ich mir gedacht, okay, nehmst du halt ein bisschen auf Oh shit, was war denn das jetzt? Oh meine, ich kickel Nee, weißt du was, ich kann sofort wieder von frisch anfangen Kann ich das überhaupt? Restart So was ne Art Ich glaub nicht Zu schön, um wahr zu sein Nee, das ist nix dabei Kommt schon Was ist mir denn los? Gibt's doch nix Ich fahr wieder zurück Falsche Richtung, du Idiot Ja, biegst du noch falsch ab Wunderbar So, okay, wir warten jetzt einfach mal ab und fertig, Zeit abgelaufen Events kannst du leicht abbrechen Kurz anhalten Und schon kannst du was anderes probieren Kurz anhalten Das ist schon nie ausprobiert, Leute Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren Die Zeit läuft Kurz anhalten und dann einfach mal so Ey, kein Bock mehr, ich sprech ab und dann fertig aus Wie genial sind das Wie genial sind das So, jetzt aber Ich guck noch, ob der Map wo das ist Äh, hab nämlich nicht wirklich Also wir müssten hier da entlang und dann da und dann Oh Gott Nee, soweit würde ich nicht fahren Also wir fahren jetzt hier entlang Und dann biegen wir hier ab Und dann fahren wir hier rein Da können wir nämlich an die Tankstelle gehen Falls wir nicht genug Dings haben Joah, wird schon werden So, jetzt haut's aber nein Ja, jetzt hat's aber sowas von nein gehauen, ey Supi Uffs Kommando Das hat er abgeblinkt, das verstehe ich nicht Warum blinkt der da ab? Gibt sowieso nur einen Weg, verstehe ich nicht So, warte Jetzt noch eine warten, dann die nächste rein Jupp, der zeigt's mir nämlich auch so an Sehr, sehr schön Jawoll, nochmal vorrein gehauen Nein, oh, ich würd grad sagen 16 Sekunden, das krieg ich nicht hin Scheiß, die waren dann Heute ist wieder Tag Egal, was ich anfange Ich hab vorhin Schweizer Blue schon gespielt Und, ey, kannst du voll knicken Ging gar nicht Ich hab's nicht gebacken bekommen Neee, scheiße Tempo ist nicht alles, so heißt es Das ist natürlich Quatsch Ich bin DJ Atomica und geb mich nur mit den Schnellsten der Schnellen Ja, ist klar, Will, Poseidu Haben wir das nicht schon gemacht? Egal Super 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 Okay Okay Heute fällt's echt flach aus, also ich weiß nicht warum Irgendwie Ich will heute nicht wirklich starten Naja, guck, wir können hier irgendwie durch die Ging schauen. Da brettert es dann immer so schön. Hallo. Ah, ja, ist das super. Jetzt aber. Wollte gerade sagen, wo bleibt denn der Boost? Ah, das ist schon ein schickes Auto. Gefällt mir irgendwie. Ich müsste es nur da anfangen, also so viele Fahrzeuge haben wir noch gar nicht. Okay, da kommt dann noch ein Haufen wegen Burning Root und so ein Zeug dazu, aber trotzdem ist das recht wenig, finde ich. Also was wir jetzt haben, und die sind schon A-Lizense, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Also, ich weiß nicht, muss man nicht in der Redite, nach A-Lizenz kommt noch Redite, oder? Ich guck mal einfach. Ich guck jetzt mal. Na, ich schau gerade, Burnout Paradise Reis... ...Lizenz... ...Lizenz... ...Li... ...Lizenz freischalten... ...irgendwie... ...Bilder... ...weiß nicht... ...irgendwas... ...Schein... ...ich feite bitte den Lämbelbei, schauen wir mal... ...was ist da drin, wie sehe ich da nichts Gescheites. Äh... ...Wirbi... ...Dö dö dö... ...hmmm... gucken wir mal ich habe nichts gefunden bis jetzt mal ok fast schon irgendwie ja fahrzeuge die lizenz a lizenz die tischte nicht mehr drin ich glaube es gibt nur bis zur lizenz also und danach kommt die lizenz ja oder irgendwie was wie die zimmer oder was die perna lizenz irgendwie war es keine ahnung weiß ich gar nicht mehr schiebt hin da so oft schon geschrieben 11 rossi das heißt so fragt nicht mehr oder irgendwie sowas kommt dann und ich sag es immer wieder im video es gibt bestimmt euch so auf den sack stimmt scheiß die wandern war wieder so richtig fehl leider weil ich die scheiß ecke nicht sehe also einen tacken zu schnell für destruction so erster platz im versuch noch 38 weitere zu kommen aber steht hier um an lizenz bc lizenz dann 120 werbetreifel zerstören lizenz irgendwie super charmst die lizenz b lizenz irgendwie verschiedene lizenzen erhalten da da habe ich sie jetzt meine güte ich hab jetzt also für die die lizenz zwei rennen gewinnen für die c lizenz 7 rennen für die b lizenz 16 für die a lizenz 26 für die burnout lizenz 45 rennen und für die elite lizenz 110 rennen gewinnen aha irgendwie stimmt das aber auch nicht ganz weil für die börner lizenz 45 brauchen kann man 40 meine irgendwie was falsch oder so naja irgendwie was falsch also das heißt wir noch viele viele rennen vielleicht 100 rennen also 140 rennen haben auf jeden fall noch vor uns mindestens 140 also jetzt sind wir vielleicht insgesamt schon 50 rennen haben wir bis jetzt gemacht und das in elf fahrt verwickelt die bau könnte man alles nicht das ist richtig auspackt habe ich das nicht letztes ausgerechnet in fünf drei rennen pro folge zehn 30 30 wir sehr gut sind 100 40 30 in 40 folgen könnte ich das schaffen je nachdem bärm jawohl abkürzung fail deswegen hasse ich die abkürzung hier die sind so schrecklich ja ja so 40 parts noch sind wir bei 50 irgendwie wo ich schon ein bisschen viel aber ok wollte ich nicht so viel machen welches sein ich wollte das nur so 30 folgen lang machen halte schwede wenn wir uns recht noch reinhauen schützt was soll das zu langsam zu langsam diesmal mir vorbei die erste kriegen kann ich noch kriegen Hallo oh du bist ein Drecksack habt ihr es gesehen ich crashe das Auto und ich knall voll dagegen du bist ein Pisser guck schon wieder alter Schwede Psycho oh shit oh Gott das wird wieder nichts ich kann heute nicht auf ich nehme jetzt auch nicht auf geht gar nicht mehr irgendwie ich bin zu kaputt wahrscheinlich ich bin noch aber ey das geht gar nicht Leute das ging gar nicht scheiß folge heute echt scheiß folge 37 sie genau scheiß die wandern so dann dann weiß ich nicht was das recht kurze folge ich weiß nicht nee heute geht es gar nicht mehr ich krieg das nicht mehr gebacken heute ich hab auch scheiße wenig aufgenommen ich wollte viel mehr aufnehmen naja was solls ähm ich mach mal wieder so ich bin echt schon kurz davor überzulegen ey warum bringt das Projekt nicht früher raus als geplant so 2-3 Monate früher ich weiß nicht keine Ahnung also ich bin noch sehr überlegen ich weiß nicht ihr seht es ja wann es rausgekommen ist und so geplant war es ja in der Regel ähm September September Oktober so rum dass dann jeden Tag eine Folge kommt in diesem Zeug weil ich es ja schon vorab aufgenommen habe dann brauche ich mal so einen ganzen Tag bis ich oder zwei Tage bis ich alles blöd gerendert habe es sei denn du kennst die schnellsten Routen der Stadt eure Atomika weiß Bescheid ja Atomika ist gut lass es bleiben also lass es einfach bleiben naja ähm werden wir noch sehen also keine Ahnung vielleicht bringe ich es ja schon September raus September Oktober ja geplant jetzt sind wir noch Juli und vielleicht kommt es ja Anfang September nicht Ende September oder sowas ähm August wird es wie so nicht erscheinen naja egal wir sehen uns natürlich was dann in der nächsten Folge mit knapp 10-15 Minuten Video und ja ich hoffe ich bin nächstes Mal ein bisschen besser drauf und 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 mehr Action und ähm mehr renn und ja Schau bis zum nächsten Mal tschüss Bis zum nächsten Mal.